F1 Die Staustufe Griesheim im Stadtgebiet von Frankfurt am Main bei Main Kilometer 28,69 ist eine Staustufe mit Schleuse. Die Anlage liegt zwischen Griesheim und Goldstein. Der Main hat hier eine mittlere Wasserführung von, die bei einem 100-jährlichen Hochwasser auf mehr als das Zehnfache anwachsen können. Technik Die Staustufe Griesheim ist ein Walzenwehr mit einer Wehrbreite von 3 x 40 m und einer Fallhöhe von 4,49 m bei Normalstau. Die Staustufe ist mit einer Fischtreppe ausgestattet. Kraftwerk Die Wasserkraft des Mainz wird an der Staustufe Griesheim durch drei vierflügelige Kaplan-Turbinen zur Stromerzeugung in einem Laufwasserkraftwerk genutzt. Der Durchfluss jeder Turbine beträgt maximal 70 Kubikmeter je Sekunde, die Ausbauwassermenge liegt also bei 210 Kubikmetern. Es ist auf eine Leistung von 4.900 Kilowatt ausgelegt, die zur Deckung der Grundlast dienen. Die Anlagen im Generatorenhaus auf der Schwanheimer Seite der Schleuse können jährlich ungefähr 35.000 Megawattstunden ins Netz einspeisen. Die Steuerwarte des Kraftwerks kontrolliert gleichzeitig die Turbinen und Generatoren der Staustufe in Eddersheim. Schleuse- und Wasserschifffahrt der Main ist in die europäische Wasserstraßenklasse VB eingestuft und für Schiffe bzw. Schubverbände mit einer Länge von 185 m und einer Breite von 11,45 m befahrbar. Die Fahrrinne ist ganzjährig mindestens 2,90 m tief. Die Staustufe besitzt zwei Schleusenkammern sowie eine Bootsschleuse. Die Südkammer mit einer nutzbaren Länge 344,38 m und einer nutzbaren Breite von 15,04 m. Der Wasserdurchsatz pro Schleusung beträgt 23.700 Kubikmeter. Die Nordkammer mit 344,05 m Länge 12,02 m Breite. Der Wasserdurchsatz beträgt hier pro Schleusung 18.800 Kubikmeter. Die Bootsschleuse ist 21,93 m lang und 3,50 m breit. Punkt. Vor den Schleusenkammern ist hier ein gut 500 m langer oberer und unterer Wurkanal angelegt, in dem Schiffe auf die Durchschleusung warten können. Die Anlage, durch die täglich etwa 60 Schiffe fahren, wird seit dem 19. August 2012 über die Leitzentrale Coastheim ferngesteuert und ist rund um die Uhr im Betrieb Steg. Fußgänger und Radfahrer können die Staustufe auf einem 3 m breiten Steg überqueren, der in halber Höhe der Wehrpfeiler den Main überspannt. Dieser Steg ist teilweise mit Glitterrosten belegt, was problematisch für Personen mit Höhenangst sein kann. Andererseits bietet diese Überquerung vielen Pendlern zwischen den Stadtteilen Griesheim und Schwanheim einen schnellen und komfortablen Weg in den Industriepark Griesheim. Geschichte Der Unterlauf des Mainz zwischen der Mündung und Frankfurt wurde 1882 bis 1885 kanalisiert. In Mainz-Kosthelm, Flörsheim, Ockriftel, Höst- und Niederrad entstanden fünf Nadelwehre mit einfachen Schleusenkammern, um die mittlere Fahrwassertiefe auf 2,20 m anzuheben. In den 1920er Jahren konnten sie das gestiegene Verkehrsaufkommen auf dem Main nicht mehr bewältigen. Daher wurden ab 1927 die Nadelwehre durch drei leistungsfähigere Walzenwehre in Kostheim, Edersheim und Griesheim mit größeren Schleusenanlagen ersetzt. Die Griesheimer Staustufe entstand zwischen 1929 und 1932 in den kubischen Formen des Bauhausstils, sie wurde im September 1932 eingeweiht. Von Anfang an wurde sie mit für die damalige Zeit modernster Technik ausgestattet. Eine elektrische Lichtanlage ermöglichte bei Bedarf den Nachtbetrieb, sämtliche Schleusentore bekamen einen elektrischen Antrieb. Das in die Staustufe eingebaute Kraftwerk lieferte ca. 25 Megawattstunden Strom jährlich, die ins Frankfurter Netz eingespeist wurden. Auf Schwanheimer Seite entstand auch ein Wohnhaus für die Schleusenbediensteten. In den letzten Kriegstagen 1945 wurde die Staustufe von Pionieren der Wehrmacht gesprengt und in den Jahren 1949 50. komplett wieder aufgebaut. In den Jahren 1967, 1984 und 2006 wurden über die regelmäßigen Wartungsarbeiten hinausgehende Renovierungs- und Reparaturarbeiten an der Staustufe vorgenommen.